Früh aufstehen hieß es am Dienstag. Für den Weihnachtsmann musste er doch einen weiten Weg bis nach Dessau zurücklegen. Extra dafür schartete der Rauschebart auch eine Cessna der Stadtwerke Dessau-Roslau, um den Gewinnern der Plakataktion, die die DVV ausgelobt hatten, die Preise zu überreichen. Während der Weihnachtsmann also noch über Dessau kreiste, hatten es die Kinder aus dem Kindergarten Sonnenkäfer viel besser und wurden mit einem Bus der Dessauer Verkehrsgesellschaft zum Flugplatz nach Dessau-Roslau gefahren, um den Weihnachtsmann dann endlich nach langen Suchen im Nebel zu begrüßen. Nach der Begrüßung, hier mischte sich auch schon Weihnachtself Nummer 12 mit ein, bekamen die Kinder im Tower-Gebäude ein kleines Programm mit Weihnachtsmann und Weihnachtself geboten. Gelegenheit für uns, Geschäftsführer Thomas Zenger, nach dem Warum dieser Aktion zu befragen. Ja, in erster Linie machen wir das, um unseren Nachwuchs hier in Dessau-Roslau ein Stück weit an die Thematik Energie und Verkehr heranzuführen. Wir machen jetzt schon seit vielen Jahren diesen fliegenden Weihnachtsmann immer mit anderen Themen und ich glaube, es kommt sehr gut an und für die Kinder ist es eine gelungene Abwechslung nach den anstrengenden Jahren. Und dann ging es auch schon an das Auspacken der Geschenke. In Absprache mit den Erzieherinnen hatten die Stadtwerke einen bunten Mix an Spielzeugen ausgesucht und liebevoll verpackt. Auch wenn das den Kids in diesem Moment ziemlich egal war. Die Kinder werden sich was aussuchen, was sie gerne für die Gruppe und für den Raum haben möchten oder für draußen zum Spielen. Mal sehen. Die Stadtwerke hatten Anfang November einen Malwettbewerb ausgelobt, in dem es sich um das Thema Omnibusse drehen sollte. Die Kinder aus dem Kindergarten Sonnenkäfer haben auch durch etwas Zufall den ersten Platz belegt. Also eigentlich ist es aus einem Missgeschick entstanden, weil jemand kein Rad malen konnte. Da wurde der Bus ganz schief und dann haben sie sich überlegt, dass man da runterrutschen könnte. Und so hat sich jedes Kind was Besonderes ausgedacht. Der Bakterienbus oder der Schmetterlingsbus, dass man dann glücklich wird. Und beim Bakterienbus wird man natürlich gesund. Und was haben wir noch für tolle Busse? Einen Kettenbus und einen Panzerbus, der aber friedlich ist, wo man nur geschützt drin ist. Und was haben wir noch alles? Lauter tolle Busse. Für Stadtwerke-Chef Thomas Zenger haben die Wettbewerbe etwas ganz Besonderes. Denn immerhin galt es zum einen das Thema öffentlicher Nahverkehr, als auch das Engagement der Stadtwerke für seine Bürger in den Fokus zu rücken. Auch deshalb ging keine Einrichtung leer aus. Also alle Kindergärten, die mitgemacht haben, die bekommen natürlich von uns Trostpreise, kleine Spielzeuge und ein Erinnerungsgeschenk sozusagen. Aber der Sieger, der ist jedes Jahr dann hier, darf hier den Weihnachtsmann persönlich kennenlernen, bekommt Geschenke für die Kindereinrichtung, sind die gedacht. Und haben dann hier diesen hoffentlich schönen und lustigen Vormittag. Mit einem Lied bedanken sich die Kids bei dem Weihnachtsmann und nicht zuletzt auch bei den Stadtwerken. Die anschließend noch zu einer leckeren Tasse Kakao und Lebkuchen eingeladen hatten.